Dann hinsame an Mod, wie sieht sowas aus, Lilith? Ähm... 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 Streamgames Du wolltest schon immer deine eigene Quizshow veranstalten? Mit Streamgames ganz leicht möglich. Einfach die Quelle in dein OBS einfügen. Wähle zwischen verschiedenen Quiz- und Trivia-Shows. Du kannst Fragen einstellen, Farben anpassen und auch Chat-Interaktion ist möglich. Veranstalte auch du professionelle Gameshows wie Pete's Meat, Vlesk und Dalukart. Ich glaube 17. 17 ist leider nicht. Ich gehe hier rein mit 17. 17 ist immer noch falsch. Das alles bei Streamgames.tv. Bei Fragen gerne Twitter oder Discord. Flieh von dem Ventilator, weiche Hindernissen aus und falle nicht herunter. Yes, we try. Wir geben alles. Jonas, let's go. Wir holen uns den Sieg. Du kaufst bei Granaten. Hab ich. Und dann kannst du die einfach mit dem Mausrad, glaube ich, durchscrollen, oder? Du hast auch Mausrad. Und dann kannst du die dahin schmeißen. Außer einer. Die kann man schmeißen, die Repair Utility in der Lurin. Gehen. Ich hoffe für dich, dass du alle Haken herrott gemacht hast in meinem Umkreis. Ich erinnere an die letzte Challenge, die wir gespielt haben im Januar. Die City Life Challenge, die nach dem zweiten Stream endete, weil mein Stim gestorben ist. Wir müssen jede Vorkehrungen treffen, dass wir überleben. Ich schicke euch alle Signale. Ich lächle jetzt für eine ganz bestimmte Person in die Kamera. Für eine ganz bestimmte Person. Hey Leute, ich bin's heute wieder, euer Gamer Girl Milchbaum. Und damit ihr heute auch nichts vom Spiel seht, sondern nur All Eyes on Me sind, habe ich euch hier heute ein kleines Bild vom Spiel eingefügt. Ich weiß, ihr seid sehr in dem Spiel interessiert, aber trotzdem zeige ich euch nur meine, meine, ich wollte gerade sagen meine Hackfresse, aber das wäre ein bisschen gemein gewesen. Ich habe mich noch gebremst. Ich würde das dann im schlimmsten Fall, wenn sie das gar nicht machen kann, versuchen, die Haare selbst zu ficken, ficken, selbst zu fixen. Was ist denn mit der Frau, wenn man auf die Frau drückt? Passiert auch nichts. Ich will mich nicht aufs Klo setzen, warte, ich mach mal so meine Beine nur drauf. Okay, das müsste vom Druck her reichen. Okay, Popo. Oh, jetzt. Oh Gott, das war so eine dummige Idee. Wir geben da noch ein, zwei Minuten, oder? Wie ist das, die immer die Gläser vertauscht? Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ja, das ist, äh... In die Schere, Flo. Nein, never. Schwierig. Ey, was sagst denn du, Bro? Warte, ich guck gleich. Also, ich bin... Weiß halt nicht, ob die, wenn die noch dunkler wird, ob das geiler wird oder eher schlechter. Als ob das doch geklappt hat. Also, ich mag die beiden gerne, aber in Kombination sind die beiden, sagen wir, motiviert. Sagst du, wie es ist? Mach dir auch selbstbewusst. Sagst du, wie es ist? Das wird ein neuer Lebensabschnitt. Sagst du, wie es ist? Also, nee, ich hab im ersten Moment gedacht, das ist nicht Sonja links, das ist, ähm, Jen. Dann hab ich das gemerkt und hab's einfach so stehen lassen, Chip. Wer ist es? Es ist... Oh mein Gott, ist der guuuuut! What the fuck? Das ist Lachsmann jetzt, okay. Das ist der Lachsmann. Aber der Charakter ist zu gut. Lachsmann ist scheiße. Digga, was das für Musik, da krieg ich ja direkt das Würgen, Alter. Nicht auf die gute Art und Weise. Warte, lass mich kosten. I, Wasser, ihr kennt das. Wasser, widerwärtig. Doch nun, Waterdrop. Drop. Zack. So, das ist meine Runde jetzt. So. By the way, Chat, es tut mir super leid, dass wir kein Anno zocken. Also, eigentlich war ja Anno bei mir fest... Äh, Anno. Wenn ich aber nicht schlafen gehe, dann bin ich quasi immer pünktlich. Wenn ich wach bin, dann schlafe ich nicht. Ajo, ich muss auch passen. Ich würde es gleich versehen nicht, weil ich mich jetzt sicher fühle, in einer Sprengfalle laufe. Habe ja einige gerade ein paar Zufall gesehen, würde mich ja schon an einen ranschleichen und dann so... Oh, ja, da ist ein Draht. Ich sehe halt nichts. Du hättest mir das auch ins Gesicht schmeißen können. Können wir das mal kurz abstellen? Ah, scheiße. Wird erledigt. Reparaturkit on fordern. Wow. Also, ich weiß und ich verstehe auch, dass das übel... Ich kann das nicht aufheben. Oh, Alba. Oh Gott, hat sie... Hä, ist die blöd, ihr? Hä? Ich glaube... Hat sie mich jetzt verloren? Oh, oh. Oh Gott, sie steht auch direkt vor mir, die blöde Kuh. Aber verratet es kein Besitzer, einen seltenen Tornumhang. LOL. Achso, ja. Ich kann euch sagen. Ich war gerade so... Ich habe... Das ist kein... Dalu ist weggegangen. Dalu ist weggegangen. Ich konnte Kill machen. Komm, Chantau, nehmen wir da mit. Komm. Reinstechen. Vivi. Reinstechen. Ich danke dir von Herzen für den Raid, alle neuen hier und auch alle alten Hasen, macht es euch bequem. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja, cool, so viel zu bisschen überfordert. Junge, ich habe das Auto seit ungefähr 10 Sekunden. Oh mein Gott, nur noch einer. Ja! Ja! An even laughter that has been absent from this house for so long. Nein! Nein! Das war es. Ich bin raus. Ich bin raus. Das war's. Oh 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 oh, wieder falscher Haufen! Wuii, gerade nur so die Kurve gekriegt. Das sieht so fein aus. Scheiße, das war jetzt der falsche Haufen! Nein, ich bin ein Trottel! Wäre jetzt lustig, wenn wir so ganz random einfach diesen Code erraten würden. Was zum Fick? Was ist das für ein dickes Emote im Hintergrund? Das ist eine Katze mit einem fetten, unangenehmen Schwanz, Celine. Und wenn du mir das nicht glaubst, das ist genau die Beschreibung von Amazon für diese Plüschfigur. Die flache Seite... Mr. Fire, was ist die flache Seite? Ist das die flache Seite? Ja, aber... Das bringt doch nichts. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Wie soll denn das gehen? Da tue ich mir eher selber weh, als dass da... Da passiert nichts! Alter, guck mal, die Kuh da oben! Äh, der Creeper von der Nähe steht und ungleich Bumm machen wird. Er war aber hier irgendwo. Ah! 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 Lödisch, Spinn. Ah! 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 Und dann würde ich sagen... Okay! Ah! Ah! Ist alles okay? Ah! 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 Was ist denn weh getan? Potsdam? Was? Potsdam? Safe! Es liegt alles bei... Wartet! Es war safe! Potsdam! Hey Siri! Was ist die Hauptstadt in Polen? Oh! Oh... Ich hab ja auch ein bisschen dazugelernt, ne? Ich hab ja ein bisschen dazugelernt. Und es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn es irgendwie so um die Auswahl der Kollegen geht und so, ja, speziell bei Matteo. Ich glaube, Matteo hasst uns. Echt? Scheiße. Ich glaube, ja. Matteo, hast du? Jetzt ist es raus. Shit. Mach ich jetzt? Ich kann euch sogar den Grund sagen. Ich hab 2018 gegen Flo in der Lobby von einem Hotel Armdrücken gemacht. Und da hat er mich besiegt. Und seitdem meide ich seine Nähe. Boah, bitte, bitte, bitte. Boah, ich muss voll rülsen, ey. Boah, Alter. Warte, kann man das hier muten, ey? Jetzt muss ich nicht mehr, scheiße. Ich kann da drücken, pass mal auf. Ja, klar, ich hab gerade gerülst, als du unmutest, oder was? Willst du mich verarschen? Fuck, meine Pizza! Ah, Flemm, hast du deine Pizza vergessen? Oh no! Oh no! Ja, Cross ist gut, aber nicht schwarz, also. Sag mal so, ich glaube, Flemm ist eine Pizza. Ah, Flemm! Und dann geht der Ferner los! Bleee, oh no! Den, den, der gelb. Zwei. Das war Schmackung. Der andere läuft einfach rein. Oh mein Gott! Sandy ging ans Fenster und in der Nachbarschaft erklang ein Lied. How let it fly? Oh mein Gott, sein Nachname. Warte, wie war sein Nachname? Ich hab seinen Nachname gar nicht gesehen. Er ist ein Professor-Doktor. Was denn? Fünf. Sieben! Kommen da Arme aus seinem Unterleibs? Einfach nein. Ich konnte jetzt teilweise nicht so gut auf die ganzen Alerts und so eingehen, aber ich wollte mich einmal fett bedanken für den Support bis jetzt, absolut insane. Wirklich, ich weiß es mega zu schätzen. Ich wusste nur, am Anfang vor allem war ich übel überfordert. Dann gehen sie auf Spiel beitreten, dann geben sie hier einen Zimmercode ein und vorher wechseln sie einmal auf Just Chatting, damit der Chat nicht sieht, welchen Code ich eingehe. Daniel, du musst auf Just Chatting wechseln. Man sollte ihn dann auch nicht sagen. Es wusste gar nicht, dass es einen neuen Schwierigkeitsgrad gibt. Ja. Was du alles nicht weißt. Ein noch Unteranfänger? Cool, den nehmen wir. Voll Noob. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Mann, ich bin echt wirklich, ich weiß nicht was mit mir los ist, Mann. Ich verstehe das nicht mehr. Vielleicht war ich auch einfach früher jünger oder so und deswegen hat man irgendwie besser... Ich weiß. So, und weißt du was, Frozen? Du willst doch nur in den Schleudersitz bringen. Natürlich. Warte, ich mach vorher das Cockpit aus. Hallo, wie geht's? Guten Flug. Nein. 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 Oh mein Gott. Nein. Hey Brody, welches Programm nutzt du für deine Videos? Ähm, meine Videos? YouTube. Guck ich die? Hä? Das hier war mal mein Lieblingsrock, mein Lieblingsrock. Das hier war mal mein Lieblingsrock. Das hier war mal mein Lieblingsrock. muss man meinen leichen ding aber das ist so cool hier ist es ich bin der aggressor aktion reaktion ach du scheiße ach du ich bin ich jetzt doof hört ihr das auch was ist los katzelein wat ish wie können wir dir helfen in viele testicles heißt das heißt das game infinitestig also mit mir nicht bin ich gerade auf der falschen fährt oder habe ich gerade die falschen sachen heißt das spiel unendliche hoden verlor der rucksack der erste loot meine sehr verehrten damen und herren es ist zeit für den ersten loot in diablo 4 abonnieren du musst abonnieren so 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 so